Das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Die Chance, den hält er super. Und jetzt die Chance, da machen sie nichts aus dieser Chance. Und er schießt, der Schuss war nicht besonders, der geht weit vorbei. Kann er was draus machen? Da gibt er Elfmeter und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Ja, das hat er nicht gut gemacht, keine gute Zweikartführung. Und noch die gelbe Karte obendrauf. Gehalten, der Ball ist Lichtling. Kein Tor bei diesem Elfmeter. Unglaublich. Dennis Eckert, da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stille. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Ja, könnte was werden. Da schießt er. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Gefährlich. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Jetzt der Schuss. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drinnen gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Der Ball kommt. Und das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Der Ball kommt. Und das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Westphal. Ich dangers